Der Beauty-Adventskalender von Douglas ist gerade auch etwas reduziert und etwas heißt, naja, auf 22 Euro. Das ist für den Inhalt, den wir hier auch sehen, wirklich angemessen. Denn wenn du nur die Mascara und vielleicht ein Lippie rechnest, dann bist du schon direkt bei dem Wert. Und wenn man sich den Inhalt anschaut, denkt man sich erstmal, oje, ganz schön viel Lippes. Aber wenn man dann bedenkt, dass man auch von den Beauty-Produkten recht viele Originalgrößen dabei hat, sieht man, dass der Preis sich definitiv lohnt. Also schaut rein!